Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ein kleines Test-Let's Play und ich wollte gerne Stray spielen. Mal spontan einen Gaming-Stream hier mit rein auf meinen Twitch-Kanal. Und zwar habe ich das gerade entdeckt. Habe ich gerade gesehen, ach seht doch das süße Kätzchen da. Stray, ein Game mit Katzen. Wie niedlich ist das denn? Und das muss ich natürlich gleich mal testen. Das sah auch richtig entspannt aus. Ich denke, das würde, oder das passt doch auch gut zur ASMR. Auf jeden Fall, der entspannt spielt mit dem Kätzchen. Also das Kätzchen hat, bin ich da so groß? Ah, das geht schon. Das Kätzchen ist einsam, hat seine ganze Familie verloren und wir müssen aus einer Stadt flöchten. Das sieht jetzt noch nicht so krass nach Stadt aus, aber wir werden mal schauen, was wir hier so finden. Ich habe das noch gar nicht gespielt. Ich habe das nur ganz kurz irgendwo gesehen und dachte mir, kann nicht verkehrt sein, wenn man so eine Katze steuern kann. Also da stand man, spielt das am besten mit Tastatur, äh nicht mit Tastatur, mit, was haben die geschrieben, mit Gamepad. Aber ich habe jetzt hier auf die Schnelle mein Gamepad nicht gefunden und ich denke mit Tastatur und Maus geht das auch. Ach, das wird doch nicht von der Steuerung her so anspruchsvoll sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Stream flüssig läuft, da muss ich mal gucken. Ah, es ist schon ein bisschen ruckelig, glaube ich, aber es geht. Ich habe da schon ein Schlimmeres, glaube ich, gespielt. Ich habe auch mal so ein Cooking Simulator Spiel gespielt. Und das ist wirklich nur Cooking, da bewegst du dich gar nicht großartig. Und das hat schon geruckelt, mal schauen. Aber ich weiß nicht, ob das so oft an der Internetverbindung lag, aber ich denke, das geht einigermaßen. Das ist jetzt nicht so flüssig. Aber dieses Katzenmäulchen ist jetzt nicht so flüssig, wie man denkt, aber es geht schon. Also hier auf meinem Bildschirm, ich habe ja zwei, da ist es auf meinem linken Bildschirm relativ flüssig. Flüssig? Flüssig. Es fließt. Oh. Süß, süß, süß. Eieieiei. Wartet mal gucken, kann man da auch springen eigentlich? Jump, jump. Jump geht ja meistens auf der Space-Taste, aber da ist nichts mit Jump. Hier, kann ich mir da auch spielen? Hi. Ah, genau, richtig. Genau, das richtige Spiel. Das geht jetzt momentan nicht. Das musst du starten. Einfach so ein bisschen kuscheln, das ist ganz gut. Und vielleicht später kann man mal gucken, ob da noch was, ob da noch ein bisschen Action oder ein bisschen Rätsel dazukommt. Aber so ist schon gut. So muss das sein. Hier ist noch eine einsame Katze. Was können wir mit dir machen? Schnuck, schnuck, schnuck. Oh. Und wenn wir uns noch ein Küsschen abholen, dann kann es ein Küsschen. Läuft. Okay. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Wenn ich jetzt da runterhüpfe, bin ich dann tot? Kann ich da so drunterhüpfen? Also das Spiel sagt, nein, da geht es nicht runter. Alles gut. Das ist eine vernünftige Entscheidung, da nicht runterzulüpfen, denke ich mal. Wobei, als Katze würde das schon gehen. Die haben sich da einfach wieder hingelegt. Hallo. Ja, das ist natürlich gut. Erstmal ein kleines Päuschen machen, wenn man nicht weiterreißt. Ja, läuft. Gut. Ich hoffe. Oh. Ach, jetzt startet es vielleicht erst. So kurz. Nur kurz so ein Eindruck, wie die Steuerung funktioniert vielleicht. Ja, es ist schon niedlich. Kann man nichts sagen. Ein süßes Kätzchen. Natürlich typisch Kätzchen. Oder Katzen an sich. Die legen sich natürlich auf den Karton drauf. Am besten in einen Karton. Das ist schon niedlich. Aber ob das Spiel noch mehr kann als niedlich sein, weiß ich es nicht. Innerhalb der Mauer. Alles klar. Die sind noch ein bisschen von der Stadt entfernt anscheinend. Die Natur hat sich so einiges zurückgeholt, wie es aussieht. Ja, und auf jeden Fall die rote Katze. Das habe ich mir gemerkt. Nicht die weiße. Das rote Kätzchen. Also es soll auch so ein bisschen ein Rätselspiel sein. Rätsel ist ja nicht so meins. Aber das sind bestimmt ganz einfache Rätseln. Einen Abend. Ein bisschen Gaming hier am Start. Guck mal. Ich habe gerade erst angefangen. Aber das süße Katzenspiel ist... Leider, es ruckelt ein bisschen. Aber naja. Es geht noch, glaube ich. Müssen schauen. Man muss mal hier Gaming optimieren in Zukunft. Richtig so. Oder? Voll eine Katze. Guck mal, wie süß. Mein Gott. Ist das süß. Und ich habe schon ein paar Begleiter gefunden. Mal sehen, ob ich da auch hochhüpfen kann. Space, yes. Ich kann jumpen. Um zu miauen. Okay. Wie süß. Guck mal. Ja. Ja. Da machen die anderen Katzen mit. Richtig so, Matze, ne? Bisschen Gaming am Abend noch. Muss sein. Was ist das süß hier? Ich bin hier das... Ah. Weißt du, drückfällt der Knopf. Warte mal. Ich wollte doch nur miauen. Was war das? Hier? Alt. Ich überlege gerade. Ist das immer derselbe Miauen? Ja, schon. Und sie... Ja. Wie ein kleines Rudel hier. Okay. Gehen wir mal weiter, Kätzchen. Ich habe hier schon Begleiter gefunden. Das war super. Ist eigentlich ganz schön hier ohne Menschen. Passt. Und es ist super easy. Das ist ja wirklich gut. Einfach mit ein paar Knöpfen kann man hier so ein Spiel spielen. Läuft. Mal sehen, muss ich hier vorher da drauf? Nicht unbedingt, glaube ich. Lüps. Ja doch, die schwarze Katze macht das auch so. Und wir wissen ja, schwarze Katzen bringen Glück. Also noch einmal alles, was die schwarze Katze macht. Tü, tü, tü. Ah. Stoppen. Nein, nicht stoppen. Oh, er muss in den Rückmutz. Ach. Sehr gut. Ich rieche das an hier. Ah, super. Mh. Richtig guter Kratzbaum. Oh, was gibt es zu Hause nicht? Boah. Wir fällen den Baum. Oh, er geht ganz schön fast ab hier von dem Baum. Ah, so. Krallen geschärft. Jetzt können wir wieder aufhören. Mit diesen frisch geschärften Krallen geht es mal weiter. Was tun da? Mh. Ach, diese verspielten Kätzchen. Können wir da hoch? Uh. Was für ein Jump. Ist richtig hoch. Schauen wir mal. Wie viel sind wir denn hier? Vier insgesamt. Ein bisschen was trinken noch. Ah, ich will sehen, wie sie trinkt. Bitte. Trinken. Warum kann ich sie beim Trinken nicht beobachten? Naja, so ein bisschen von der Seite. Oh, guck mal in die Zunge. Mh. Wie süß. Mh. Wie süß. Immer. Oh, wie süß. Oh, jetzt trinken wir gemeinsam. Okay, ich versuche mal das Wort süß nicht so oft zu benutzen. Nicht dieses Spielchen spielen. Wie soll man das vermeiden? Noch ein anderes Wort für süß. Guck mal, jetzt ist die Katzengras oder so. Bisschen Gras. Ne, sie schlägt auch noch. Okay. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Also ich kann mich doch nicht an jedem Stein aufhalten. Es ist auf jeden Fall gut, dass man da nicht runterjumpen kann, aus Versehen. Denn Katzen und Wasser, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Oh. Hi, Schnuckis. Auch da. Hi, Schnucki. Und der Commander Kekwin. Hallo, ihr beiden. Ah, was macht ihr denn so spät noch da? Geht's euch gut? Ich muss mich mal, ich löse mich hier langsam auf. Und es wird auch ein bisschen rucke... Oh Gott, der Stream löst sich langsam auf. Warte mal, ich mach mich mal ein bisschen... Ich versuche mich mal ein bisschen substanzieller zu machen. Sieht zu, die Leute spenden. Was? Was? Wer ist sie zu? Warte, ich muss mich hier gerade konzentrieren. Oh, Niki ist da. Hi, Niki. Vielen Dank für dein Resub zum siebten Monat. Wo kommst du denn her, liebe Niki? Und vor allem, wie geht's dir? Du hast ja den letzten Stream verpasst, hast du extra geschrieben im Discord, weil es dir nicht so gut ging, ne? Also, notest das C, notest Corona oder hast noch Corona, liebe, aber jetzt geht's hoffentlich ein bisschen besser. Ich hab ja gesagt, wenn du im Stream bist, dann bin ich mir sicher, dass es dir ein bisschen besser geht. Ich muss nur kurz mein Bild ein bisschen ändern, damit ich hier ein bisschen, ne, dass ich mich nicht so aufgelöst bin. Ich will hier Substanz haben. So ein bisschen, ich glaub, so geht's. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zum Katzenspiel. Niki! Danke, mir geht's besser, aber ja immer noch positiv bekloppt. Immer noch positiv. Ja, das kann schon eine Weiche dauern, bis man wieder dann rausgetestet, bis man sich wieder raustestet. Was, Sascha ist auch da? Na klar, Sascha ist da, wenn Niki, äh, wenn Niki, sag ich schon, wenn die Schnuggi am Start ist, ist Sascha auch am Start. Ihr zwei seid ja schon eine Einheit, ihr beiden. Die Leute animieren, du kannst das besser. Für negativ bekloppt. Hm, negativ bekloppt. Positiv bekloppt ist was Gutes. Negativ bekloppt ist nix Gutes, Sascha. Also, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oder ich geh mal wieder zum Spiel. Aber ich hab schon festgestellt, das muss ich mal gucken mit den Einstellungen. Ich glaub, das ruckelt ein bisschen, aber ihr ertragt das noch. Ist jetzt hier nicht kein, ähm, Sascha Gaming Stream, wo alles so perfekt läuft. Das ist ja hauptsächlich so ASMR. Ein bisschen Musik, Musik und ein bisschen Katzenspiel. Hüpfst du hoch, du Katz. Aber so, schau doch mal, wie süß das Katzenspiel ist. Ich komm gleich wieder. Hab auch nicht gesagt, dass es gut ist. Soja. Nee, ist nicht gut. Aber von sich selbst behaupten, dass man negativ bekloppt ist, ist halt auch nicht so toll, Sascha. Guck doch mal die süßen Kätzchen. Ich weiß, hier sind viele Hunde begeistert, da. In den Uschi-Stühlen. Ich hab das M jetzt weggelassen. Ja, ist ein Mauzi. Ein Mauzi-Stream. Sagen wir mal. Ja, mit Hunden wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Warum bin ich denn so abgehackt hier? Das ist ein blödes Spiel. Naja. Alles nur ein bisschen abgehackt. Aber. Ja, Katzen sind einfach. Sagen wir, wie es ist. Katzen sind einfach süßer als so, ne? Oh, oh. Guck doch mal. Also könnt ihr nicht sagen, dass das... Schau das doch mal an. Einfach unglaublich. Unglaublich. Wie süß diese Kätzchen sind. Ich hab zwar gesagt, ich wollte das Wort süß heute nicht mehr verwenden. Aber es fällt mir schwer. Ich versuche es schon so wenig wie möglich zu verwenden. Und wie hoch sie springen können. Ai, ai, ai. Ich weiß zwar nicht, wie hoch so ein Hund springen kann, aber... Ach. Ich sag lieber nichts gegen Hunde. Oh. Oder? Hunde sind viel toller. Hm. Ich hab schon gemerkt. Warum sind denn hier keine Katzen? Die Paare. Aber man kann ja beides mögen. Hunde und Katzen. Das ist ja kein Problem. Also gut. Aber es geht ja hier ums Spiel. Also ob was man hier spielt. Hund, Katze. Ein Ork oder so. Ist ja egal. Ist ja ein Rätselspiel. Die Landschaft ist auch nett. Ist auch ganz nice. Beides. Aber ich bin auch ein Hundetyp. Hm. Echt? Ich wusste gar nicht, dass du auch Katzen hast. Guck mal. Oh mein Gott. Ey, die kennen auch nichts, die Katzen. Die können auch auf so einen kleinen Strohhalm balancieren anscheinend. Ähm. Früher hätte ich das vielleicht auch gemacht erwarten. Heutzutage so eine schmale Röhre. Eher nicht. Da würde ich wahrscheinlich auf allen Vieren darüber kriechen. Und trotzdem noch denken, dass ich abstürze. Ei, ei, ei. Die Jugend halt. Die unbekümmerte Jugend. Eine Katze. Ein Kätzchen. Oh. Ist auch so ein Streunerkatze, Schnurmi? Oder eine Hauskatze. First Person Perspektive. Ei, ei, ei. Wie verwildert hier alles ist. Halte Space, um Sprünge zu verknüpfen. Okay. Oh ja, machen wir. Zack. Spring. Uh. Richtiger Parcours hier. Eine Hauskatze. Ja, Hauskatze. Ganz süß. So. Wenn ich jetzt hier Space gedrückt habe, dann passiert nichts. Okay. Ja, ist das, ist das Bild schlimm am Ruckeln oder geht's so? Es geht so, oder Leute? Wir sind hier nicht so anspruchsvoll in mir, glaube ich. So spät in der Nacht noch. Wie spät ist es denn? Ja. Es ist 15 Minuten 51. Jupp, geht. Na, danke. Danke. Ich weiß auch nicht. Ich bin halt solche Games gar nicht gewohnt. Aber das sind eigentlich schöne, ich denke, das sind ganz nette Spiele, weil, ja, es ist halt jetzt nichts so Spezielles wie jetzt Magic oder Schach. Da hast du halt wirklich, brauchst halt wirklich irgendwie so eine Zielgruppe dafür und sowas. Das ist ja so ein allgemeines Spiel, das kann man ja, das kann doch jeder mögen eigentlich. Jeder, der Gaming mag und eigentlich so auf Twitch, glaube ich, es gibt kaum jemanden, außer Schnuggi, kaum jemanden, der halt Gaming nicht mag. Niki spielt auch, ne, Niki, du spielst auch, habe ich bei Pan gesehen, auf dem Discord, du spielst auch irgend so was. Was habe ich, da hast du mal ein Bild gezeigt, wie du irgendwelche Schweine züchtest? Keine Ahnung, frag mich nicht. Wahrscheinlich so ein MMO-Spiel oder sowas. Also siehe, die Tiere sind auch in den Videospielen sehr, sehr stark vertreten. Schweine, Katzen. Ja, Hundespiel kann ich jetzt nicht so. Passt. Ach, Valheim. Also es ist doch ein Massive Multiplayer-Game, Valheim. Gaming schon, aber halt nicht Zelda. Ah, Valheim, ja, das ist so ein, ähm... Ja, es ist so ein Spiel, so ein gutes Spiel mit Schweine züchten und so. Oh, schaut mal in die Tatzen. Oh. Sieht schon ein bisschen konstruiert aus. Erhalte, Rechtsklick, um etwas anzugucken. Oh, wir können fokussieren. Superkraft. Okay. Ja, gut, dass wir unsere Begleiter haben. Ich kämpfe für Thor. Da kennst du mich. Ich versuche, zurückzukämpfen. Und so weiter und so fort. Ach, ist das süß. Vor allem ist es so easy auch. Bis jetzt noch, man weiß es nicht. Aber... Guck mal. Und auch noch ein paar richtig coole Zwischensequenzen hier. Bestimmt stürzen wir jetzt ab. Stürzen wir nicht ab. Stürzen wir nicht ab. Nein, tu es nicht, Katzchen. Nein. Ich habe gesagt, wir stürzen ab. Nein. Nicht in den Tod. Oh Gott. Oh, wie dramatisch. Oh, kennt ihr das? Wie bei Lion King. Mufasa und so. Oh, das Lion King. Nein, wir stürzen den Tod. Oh, ich spiele noch nicht zu Ende. Wir landen auf einem weichen Kissen. Ein weiches Kissen. Kein weiches Kissen. Das war nicht gut. Leute, das war nicht gut. Ich habe nichts verkehrt gemacht. Das ist alles vom Spiel so verherbestimmt. Na toll. Jetzt sind wir von unserer Katzengruppe gerissen. Das Spiel ist vorbei. Ja schon. Oh nein. Warte, wir miauen mal. Kann ich noch miauen? Hilfe. 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 Ist das nur mein Echo oder hat mich gerade eine Katze an die Haut? Nein, die anderen rufen noch. Ja, ich glaube... Warum gehen wir auch so langsam? Nein, wir sind verletzt. Wir humpeln. Oh Gott, ist das süß. Guck mal, Niki. Oh. Au. Nein. Wir kippen um. Nein. Wackelbeine. Oh. Müssen wir uns erst mal holen. Das ist süß. Ja. Das ist echt süß. Ich kann es nicht spielen. Habe ich gerade... Wirklich spontan entschieden. Ich habe es gerade irgendwo gesehen. Und dachte mir... Ach, ist das... Wie Niki halt auch. Ich kann... Ich kenne kein anderes Wort als süß. Ach, ist das süß. Das muss ich gleich mal spielen. Was ist denn das? Was ist denn das da? Was ist das hier? Oh oh. Hallo? Ich dachte, es geht hier um ein Kätzchen. Was ist denn das? Das schaut aus wie kleine... Computer... Kugel... Kügelchen. Ich weiß es nicht. Haben sich auf jeden Fall... Doch. Heulich. Das ist mir zu traurig. Oh nein. Es geht wieder aufwärts. Guck mal. Wir haben uns schon wiederholt. Ja, guck hier. Ist ein bisschen... Ein bisschen lahmraschig noch. Aber es geht schon. Man sagt ja nicht umsonst. Katzen haben sie im Leben. Aber woher dieser Spruch kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie immer aus so... Hohen... Einkaufswagen. Alles klar. Niemand hier vergessen. Ist der Chip noch drin? Können wir den Chip mitnehmen? Ähm... Weil sie immer aus so hohen Höhen springen und sich dann gefühlt nie was tun. Was ist denn das hier? Oh, ist das dunkel? Look, look, look. Oh, süß. Eine Beleuchtung. Vielleicht können wir so ein Fischchen angeln hier. Ich glaube nicht, dass da gesunde Fische drin schwimmen. Sieht jetzt eher ein bisschen ungesund aus. Aber ich denke, das ist auch nicht der Weg. Der Weg to go ist nicht hier. Eine Euro ist noch drin, genau. Eine Euro. Dann ist es denn hier. Können wir die Tür öffnen? Eigentlich können Katzen ja ganz gut Türen öffnen. Also mit den normalen Türgriffen. Habe ich gesehen. Die springen dann einfach dran. Hängen sich dran und dann geht die Tür auf. Das geht schon mal an einigen Katzen. Solche Tüftler-Katzen können das ganz gut. Gut, weil wir hier keine Lebenspunkte-Anzeige haben oder sowas. Das würde mich schon wieder unnötig unter Stress setzen hier, wenn wir Lebenspunkte hätten. Oh, jetzt läuft sie aber hier. Süß. Okay, wir gehen auch hier durch. Einfach mal. Oh, ist ja noch offen. Super. Jetzt nur nicht zukrachen, wenn wir unten drunter sind. Das wäre ein trauriges Ende jetzt. Der Katze. Er ist ganz tief gefallen und jetzt von einer zwei Tonnen schweren Tür zerquetscht. Schnell durch. Schnell durch. Okay. Hat nichts passiert. Errungenschaft freigeschaltet. Fehlsprung. Naja. Ein Fehlsprung war es auch nicht. Totenstadt. Uh. Passend zur späten Stunde. In die Totenstadt. Aber ich glaube, das ist so relativ linear. Ah, Schnuggi. Also, siehst du hier zum Beispiel, hier kannst du ja nicht weiter. Fahrrad im Weg. Schutthaufen. Hier kannst du auch nicht weiter. Es gibt, glaube ich, hier immer nur einen Weg. Das ist so ein bisschen linear aufgebaut. Also. So Pseudo Open World. Oh, vielen Dank, Mint, für dein Follow. Hey, seit wann habe ich denn diesen Zelda-Emoji wieder da? Äh, Emoji. Ja, es ist kein Emoji gewesen. Zelda. Oh nein. Läuft nicht davon. Vielen Dank, Mint. Hallo. Okay. Ja, ich habe diese kleinen Kügelchen gesehen. Die liefen hier da bei diesen Kisten entlang. Aber ich würde gerne... Ja, ich muss mich eigentlich von diesen Gedanken verabschieden, glaube ich, dass man Türen öffnen kann. Gif. Ja, Gif, danke. Das Emoji. Das Icon. Das Zähler. Gif. Gif, Gif. Ich will auch dann lang, wo diese kleinen Kügelchen lang gegangen sind, aber... Ja, hier können es doch... Überall können wir doch hin. Wir sind eine kleine Katze. Ja. Ja. Überall ist vielleicht etwas übertrieben. Also durch jede Ritze. Können wir jetzt vielleicht auch nicht. Fokus. Verkehrt herum. Naja. Das sieht jetzt erstmal nicht so aus, als können wir dann lang. Ah, ihr könnt oben drüber springen. Alles klar. Ich weiß halt nicht, was dieses Rätsel-Element ist. Einfach nur wahrscheinlich den Weg finden. Das ist schon Rätsel genug. Ne Katze. Ne Katze, ja. Ne hübsche Katze. Guck mal, wir werden überwacht hier. Überwachungskamera. Hallo? Wir sind ne Katze? Wir sind ganz süß. Tu uns nichts. Verfolgt ihr uns die Kamera? Ach komm, als wären wir ne Bedrohung. Vor allem alles ist hier im Eimer. Nur die Kamera ist noch in Ordnung. So, wir hüpfen diesmal sehr vorsichtig. Denn wir wollen uns ja nicht schon wieder das Pfötchen prellen. Oder ähnliches. Also, vorne als ich es installiert habe, hat er mir gesagt, mit Gamepad wäre die optimale Steuerung. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm, das mit Mausentastatur zu spielen. Ich bin zwar mit Mausentastatur das nicht so gewohnt, aber das ist ja jetzt kein Action-Adventure vom Feinsten oder so, wo man jetzt sagt, man muss hier links, rechts, oben, unten und so. Das ist ja schön entspannt. Ich finde es eigentlich auch gut, dass man hier eigentlich auch nichts einsammeln muss oder sowas. Irgendwie Besonderheiten sammeln. Einfach nur vorwärts gehen hier. Und das Spiel genießen. Passt. So läuft das. Ja, es sieht irgendwie so wie so eine verlassene Cyberstadt aus. So ein bisschen zukünftig auch. Asiatische Schriftzeichen eventuell. Man weiß es nicht. Japanisch sehen die jetzt nicht aus. Sinn von dem Spiel? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage, Schnuggi. Also, bei der Inhaltsangabe stand da, du bist halt eine einsame Katze. Von deiner Familie getrennt. Natürlich, wie ihr sehen könnt, von meiner Katzenfamilie getrennt. Und du musst es aus einer verlassenen Stadt, du musst aus dieser verlassenen Stadt fliehen. Warum auch immer. Die Katze könnte ja auch gut hier in der verlassenen Stadt leben, aber vielleicht suchen wir einfach ein bisschen Gesellschaft. Und diese Stadt scheint ziemlich tot zu sein. Gute Frage. Sinn des Spiels? Sinn des Spiels ist einfach der Weg, ist das Ziel, Schnuggi. Und der Sinn des Spiels ist wahrscheinlich nicht zu sterben. Nicht in diesen radioaktiven Giftmüll reinzufallen. Okay, wir fallen da nicht rein, weil ich glaube, man kann überhaupt nichts verkehrt machen. Das wäre natürlich fies, wenn es jetzt irgendwie untergehen würde. So. So. Haben wir schon ganz richtig gemacht. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter. Und wieder zurück. Boah, es wäre ein trauriges Ende, wenn die süße Katze hier untergeht, ey. Wow. Ey, was die wegspringt, ist ja nicht mehr normal. Das geht's schon. Komm, ähm. Nimm, nimm, nimm. Und wo sind wir? Wir sind doch von hier gekommen. Da wollen wir nicht wieder zurück. Okay. Es verwirrt mich, das Spiel. Mhm. 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 Also das Dach scheint jetzt wohl hier... Das Dach scheint uns jetzt nicht weiterzubringen. Voll krass. Ja. Und das Gute ist natürlich, Schnuggi, die können das dann auch einfach auf Hunde übertragen, ne, das Spiel. Das ist kein Problem. Ich wundere es überhaupt, dass du in der... Im Startmenü vielleicht nicht einfach nur einen Hund eingeben konntest. Hund, Katze, Zebra, egal. Wir tauschen nur hier. Ist das auch ein GIF hier? Sascha, ist das eine animierte GIF-Katze? Ich weiß es nicht. Ähm. Ja, ihr seht. Da bin ich hergekommen. Und eigentlich möchte ich hier irgendwo drüber. Und hier geht es ja nicht mehr weiter. Gehe ich davon aus. Sieht irgendwie ungesund aus. Mal probieren. Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich habe vorher so eine Regen... Oh, guck mal, der Roboter. Ach, der ist ja niedlich. Guck mal, der. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Wow. Hä, der sieht ja noch einigermaßen aktiv aus. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, er ist nicht aktiv, aber so schlimm. Mit Leidenschaft sieht er gar nicht aus. Mit Leidenschaft gezogen. Ähm. Also, mein Name gehört. Äh, nee, alles klar. Alles gut, Sascha. Ich habe nur über GIFs kurz sinniert. Ob die Katze auch ein animiertes GIF ist eigentlich. In höherer Qualität. Wie mein, mein Zelda-GIF von vorne. Von vorhin. Ich glaube, ich muss doch auf diese... Schachtel da, oder was das ist. Weil hier ging es ja nur auf das Dach. Hier ist eh alles zugemüllt. Abstimmt von da. Und da. Er zeigt mir doch eh... Ja, natürlich. Er zeigt mir eh mal an, wo man hinspringt. Hä? Okay, es war... Es war... Ja. Nee. Sascha. Vergiss das schnell wieder. Okay. Und jetzt hier ein gut draufgekommen. Schon ein bisschen einsam auch hier in der Stadt, muss man sagen. Gut, dass ihr dabei seid, Leute. Space. Genau. Immer die Space-Taste. Und... Ich finde es aber gut, dass die Entwickler... Hallo, Kätzchen. Dass die Entwickler das so gemacht haben, dass das echt idiotensicher ist, das Spiel. Perfekt. Ah, guck mal. Aha. Follow me. Kätzchen follow me, Dings. Hm. Ja, wenn wir schon so gut eingeladen werden hier. Das ist bestimmt derjenige, der uns hier beobachtet. Einfach hier ins Fenster reinhüpfen. Läuft. Das sind richtig tolle Spiele. Hallo? Ja, der Mass Effect und Zelda und Zelda spielt. Sind das richtig tolle Spiele, Sascha? Ich glaube nicht. Also, musst du erst mal in die süße Katze rankommen. So. Schlag das mal, Sascha. Alter, ey, viel tolles Spiel. Ich dachte, das Katzenspiel meinst du. Okay. Warte mal. Was haben wir hier? Müssen wir wieder rumhüpfen? So wie es aussieht. Oh, wir hüpfen einfach hier vorbei. Oben drüber. Vielleicht. Gut aus. So. Ja, ist schon super, wenn man so sprunggewaltig ist. Ich wäre im echten Leben auch gern so sprunggewaltig, aber... Oh, Treppensteigen fällt mir ja schon schwer. Schauen wir mal. Oh Gott, das ist ein Häcksler. Da gehe ich nicht in lang. Müssen wir wahrscheinlich erst mal den ausstellen. Oder sollen wir es mal versuchen? Einfach mal durchsprinten. Durch die andere Seite. Na ja, erst mal vielleicht versuchen, eine andere Lösung zu finden. Oh nein. Ich bin da nicht durch. Kann ich die nicht ausschalten. Ein Propeller hier. Ein Todespropeller. Dann klappt das schon. Guck mal. Dann klappt das schon. Und wir wissen weiter, dass das zu 110% nicht klappt. Na, gucken mal, was die Katze... Was uns die Steuerung vorgibt. Ich traue mich nicht, da durchzuhüpfen. Ihr wollt kein Blut sehen. Katzenmaschinen. Vielleicht nur ganz kurz mit dem Schnäuzchen oder so. Mal schauen, was die Katze macht. Oder stört mir dann sofort recht. Ah, die Katze ist klüger als ich. Also sie geht gar nicht erst durch. Versucht es gar nicht erst. Kluge Katze. Das wäre auch ein bisschen brutal, muss ich mal sagen. Das muss ja nicht sein. Ja, jetzt kommt... Ja, komm mal. Das Rätsel. Jetzt kommt das Rätsel. Rätsel nach. Wir müssen den Ventilator, also den Propeller hier ausschalten. Hier, mit dem... Mit dem Eierchen vielleicht. Oh, ist das putzig. Hier, wir einfach den Eimer dagegen fallen lassen. Oh, süß. Ich weiß das. Ich weiß nicht, ob Katzen normalerweise Sachen in den Mund nehmen. Das ist auch so süß. Aber bei Hunden weiß ich das, ne, Niki? Wir haben mal im Geschäft und so, also wo ich arbeite, im Einzelhandel, manchmal haben wir dann Herrchen oder Frauchen, die ihren Hunden und das Herrchen, also ich habe beide schon gesehen, Herrchen und Frauchen, die geben dann dem Hütchen, also ihr Essen in die Schnauze, also nicht, ne, also das verpackte Essen, wisst ihr, was ich meine, irgendwelche, ich weiß nicht, Sticks zum Essen und die müssen das dann selbst nach Hause transportieren. Die machen das auch so, hier wie das Kätzchen. Nehmen das einfach in den Mund und gehen dann damit nach Hause. Das ist auch voll süß. Okay, alles ist klar. Wir versuchen das jetzt mal mit dem Eimerchen. Der Eimer, der ist das Rätselslösung einfach. Ich weiß zwar nicht wie, aber der ist das Rätselslösung, garantiert. Wir lassen ja einfach hier reinfallen, ne? Probieren wir es mal. Hier ist ja eh so eine Rampe. Fallen lassen. Oh. Erstes Rätsel gelöst. Hat auch kein Problem. Nicht allzu blöd angestellt. Ich habe mir auch noch keine Hilfe gebraucht. Hat das Spiel eigentlich schon jemand von euch gespielt oder gesehen, so ein bisschen? Ich denke nicht, dass sich das verändert. Wahrscheinlich sind das jedes Mal gleich. Sind das jedes Mal die gleichen Rätsel? Ach, ist das nett. Ist das süß gemacht. Also ich weiß, ich habe da mal auf der Playstation 4 habe ich mal so ein Spiel gespielt mit so einer Gans. Das war auch so ähnlich. Du bist so eine weiße Gans und musst dann immer irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und das ist auch ganz süß. Immer irgendwelche Bewohner nerven, irgendwelche Brillen klauen oder irgendjemanden, weiß ich nicht, davon scheuchen und ihm irgendwie Ärger bereiten. Und das kommt mir irgendwie so ein bisschen ähnlich vor. Aber natürlich ganz anders. Jetzt habe ich einfach die Farbe darunter gestoßen. Das ist auch so typisch Katze. Gucken wir mal. Das mache ich jetzt schon. Das sind überall Farbeimer. So voll unauffällig am Rand platziert. Typisch, ja, oder? Das ist typisch. Genauso machen die das. Warte mal. Die so. Zack. Und die machen einfach so. Und dann gucken sie so, was jetzt passiert. Also ich wollte das nur kurz da anfassen und so. Also voll genau. Also es ist exakt so gemacht wie eine echte Katze. Ich weiß noch nicht, was es bringt, warum ich jetzt... dass da die ganzen Farbeimer runterwerfen soll. Aber wenn das jetzt möglich ist, bevor wir nochmal hoch müssen und die Farbeimer runterwerfen. Man kann sie ja nicht transportieren oder so. Deswegen ist es wichtig, alle Farbeimer runterzuwerfen. Hier auch. Sieht auch gar nicht, wo die landen. Wahrscheinlich ganz unten auf dem Boot. Aber die sind auch nicht mehr so voll, glaube ich. So leicht, wie das Katze nie da runterwirft. Und guckt bei jedem... Nehmen wir diese Unschuld einfach an, ne? Also... Das ist klar. Das ist total unschuldig. Doch, wir füllen mal rüber jetzt. Was? Sie traut sich nicht, rüber zu hüpfen? Er ist schon ein bisschen weit, okay. Könnte man schon sagen. Da haben wir nichts übersehen. Irgendwie ein Farbeimerchen, was wir noch runterwerfen können. Ach, typisch Kätzchen. Warte mal. Sagt uns das Spiel gar nicht mehr, wo wir entlang müssen. Anscheinend gibt es da jetzt keine... So einfache Lösung. Müssen wir nochmal zurück. Ich habe schon wieder was übersehen. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nach diesem unglaublichen Rätselerfolg. Und gerade eben. Zurück nochmal. Warte mal. Ich schaue nochmal. Du meinst, hier ist noch eine Tür. Oder wie? Oder noch weiter zurück, Niki. Warte, da auf der anderen Seite ist noch ein Farbeimerchen. Die Kamera beobachtet uns. Über den Ventilator. Okay. Warte mal. Schau mal. Auf der anderen Seite über den Ventilator. Okay, da ist eine Tür. Sieht auf jeden Fall so aus. Aber ich glaube, die meinst du nicht über den Ventilator. Warte. Zack. Hä? Wie sind wir denn jetzt da hochgekommen? Auf jeden Fall richtig, Niki. Ich glaube, da kann ich wieder runter. Warte mal. Warum kann man da hoch? Das ist ja Wahnsinn, was man mit der Sprungkraft da jetzt machen kann. Aber ich glaube, da kann... Warte mal. Hier hoch? Ah, das wäre ein bisschen zu hoch, glaube ich. Doch nicht. Ja, doch nicht. Ja. Aber? Immerhin. Guter Aussichtspunkt. Mhm. Mhm. Ist alles schön blau gehalten hier auf jeden Fall. Gefällt mir. Die Atmosphäre ist auch schön. Ist schon ein bisschen... Bisschen düster hier, muss man sagen. Also so allgemein so Rätselspiele... Schwierig. Wenn die Rätselspiele zu schwierig werden, dann ist es echt schlimm. Dann denke ich immer, ich habe hier... Ich habe einen gewissen Anteil an Zeit, Leute. Ja. Und wenn das Rätsel zu schwierig wird... Uh. Jetzt hätte ich da was getan. Und wenn das Rätsel zu schwierig wird, dann kostet mich das sehr viel von meiner Zeit. Das muss doch nicht sein. Da hoch? Da hoch? Ja. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Perfekt. Sind wir auf der anderen Seite. Und die Teile kann ich einfach so runterwerfen, oder wie? Auf geht's! Warte mal. Okay. Okay, dann mach so. So, den letzten Fahrt einmal noch ganz unschuldig runterwerfen. Ups. Okay. Das war jetzt sehr, sehr unschuldig, aber doch ein bisschen gescheppert. Zack. Und hier rein. Super. Ja, cool. Jetzt sind wir hier in einem Apartment. Guck mal an. Haben wir natürlich alles versaut. Das sah ja eigentlich gar nicht so übel aus, bevor wir die Farbe da reingekippt haben. Ja, da ist die Farbe. Upsala. Oh, wir zerstören hier echt alles. Aha. Aha. Auf wem wird denn hier drauf gespickert? Auf diese kleinen Kügelchen, die wir vorher schon gesehen haben. Ja, die sehen aber auch unschuldig aus, aber anscheinend haben die das Faustdick hinter den Ohren. Faustdick haben die das hinter den Ohren. Oh. Ah, wir müssen uns die Krallen wieder ein bisschen, ja, Krallen ein bisschen schärfen, auf jeden Fall. Yes, so müssen wir es machen. Immer schön den Teppich kratzen. Ich frage mich, wie lang wir hier die Krallen schärfen müssen. Bis der Teppich zerkratzt ist, würde ich sagen. Okay, ja. Sieht schon aus. So, hier ist ja kein Herrchen, kein Frauchen, sagt man es bei Katzen auch so, Herrchen, Frauchen eher nicht. Aber hier ist keine Person in der Verantwortung, also können wir ja alles zerstören. Ohne Konsequenzen. Vielleicht kann man es da... Also, Katze ist ja schon süß, aber so manche Sachen sind jetzt eher weniger süß von den Kätzchen. Wenn die einen, die ganzen Sessel, Teppiche und so weiter zerkratzen. Ist schon superoptimal. Ich glaube, Hunden kannst du sowas verbieten doch, Niki, oder? Also wenn Hunde irgendwas zerstören oder zerbeißen, wahrscheinlich eher, dann kannst du denen schon beibringen, dass sie das nicht machen sollen. Aber bei Katzen ist mir eher unbekannt. Und ich glaube, außer aufs Katzenklo zu gehen, kann man denen nicht so viel beibringen. Und aufs Katzenklo gehen die ja freiwillig. Meistens wahrscheinlich. Weil sie irgendwo in die Ecke pieseln. Gehen wir mal da durch. Oh! Gibt es da was zum Essen? Oder was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Schüsselchen? Was zu trinken? Ich habe das Gefühl, dass die Pfeile uns irgendwie oder irgendwo hinführen, wo wir vielleicht nicht hin sollten. Bestimmt wollen sie uns hier gefangen nehmen, wer auch immer die Personen sind. Aber haben die Rechnung ohne Tor gemacht. So einfach geht das nicht. Dann sagst du das dreimal, dann ist es gut. Aber eine Katze ist halt hoffnungsloser Fall. Ich glaube auch, eine Katze ist echt hoffnungsloser Fall. Hoffnung verloren. Guckst du dir da auch an, die Katze? Schon süß, aber einfach hüpfen wir hier rein. Bleibt dir nichts anderes übrig. Ab geht die Post. Ui! Ui! Auch mit dem Geräusch. Auf jeden Fall. Ui, ui! Ah, wie niedlich! Was geht denn jetzt hier weiter? Für das habe ich hier 10 Euro gezahlt, oder was? Und schon unten. Na? Meine Katze mag es auch schon bequem. Auf jeden Fall. Uh, das sind Türchen. Ah, das sind hier diese Kügelchen, die wir ganz... Zeit gesehen haben. Ich weiß nicht, wie... Ja. Ja, gefährlich sehen sie erstmal nicht aus. Die laufen ja immer von uns davon. Ihr seid ihr nicht? Ja, die Queen of England ist auch da, hier mit der Krone. Warte, da ist eins hingelaufen. Na ja, ich weiß nicht, wie die immer so schnell verschwinden können. Man weiß es nicht. Blü, 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 blü. Die Seemlichen laufen da vorne mit nicht so angsteinflößen. Ja, wie so kleine? Ich weiß nicht. Ich habe doch gedacht, dass die noch funktionieren. Was? Hat er jetzt Hallo gesagt? Oh, Steffi. Hey, Steffi. Vielen Dank für deinen Raid. Ich weiß es echt nicht, wo ich diese komischen GIFs herhabe. Heutzutage. Man weiß es nicht. Hi, Steffi. Was treibst du denn so? Hast du gerade eben gestreamt? Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe... Ich habe immer mal hier auf meinen Twitch-Kanal geguckt und habe dich nie gesehen. Schön, dass du da bist. Oh, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Das ist aber nett. Ein bisschen mit Steffi. Ja, aber hängt leider total. Der Stream von Steffi. Mitteilung folgt. Oh, vielen Dank, Mitteilung folgt. Du lieber, bist ja ein schon langwöchentlicher Follower von Sailor Dream. Hey zusammen. Schön, dass du da bist. Ja, guck mal, du kriegst sogar zwei Alerts hier. Ich weiß nicht, warum dieser andere Alert plötzlich wiederkommt. Den hatte ich mal ganz früh. Willbekommen, dass du streamst. Aber Hallöchen. Ja, noch nicht so lang. Steffi streamt seit, weiß nicht, eineinhalb, zwei Wochen oder so ungefähr. Aber ist schon Affiliate. Hat es schon geschafft. Sie braucht jetzt so ein bisschen, glaube ich, bis sie im Chat aktiv ist. Das ist bei mir auch immer so. Headhunter. Hi. Hey, und schön, vielen lieben Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist. Schnucki. Warte, was wollte ich? Hängt bei ihr total? Oder wo hängt das? Meinst du jetzt? Bei ihr oder im Stream? Du warst gerade eben noch bei ihr im Stream, oder? Weil, hey, hey, jetzt hast du es geschafft. Hi, Steffi. Vielen, vielen lieben Dank für dein Rate. Voll lieb von dir. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich habe vorhin schon immer beobachtet, wann du streamst. Habe es gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Ist mir voll durch die Lappen gegangen. Irgendwie um neun oder um zehn habe ich mal geguckt. Habe dich nie gesehen. Immer meine Follower-Liste durchgegangen. Habe gar nicht gesehen, dass du gestreamt hast. Oder halt streamst. Bei Steffi hängt es etwas im Stream. Es hing wieder. Nein, Steffi. Hast du jetzt? Wir haben das ja gestern getestet bei Steffi kurz, ne? Dass das über OBS, dass du das über OBS streamst. Und dann hast du so fünf Minuten oder weiß ich nicht, ein paar Minuten hast du ja so testweise gestreamt. Aber da ging es einigermaßen. Aber das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, wenn du dann länger streamst. Dann hängt das anscheinend immer noch ein bisschen. Müssen wir mal gucken, woran das liegt. Auf jeden Fall nicht an deiner Internetleitung. Daran kann es nicht liegen. Ist komisch. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir da noch eine Lösung. Ja, genau. Vielleicht Sascha ist auch eine große Hilfe. Sascha hat von technischen Belangen hat sie auch sehr... Sie, Sascha, hat der Sascha auch viel Ahnung. Der kann dir bestimmt gut helfen auch. Sascha hat sogar eine eigene Ecke. So, wenn man technische Fragen hat, rund um alles Mögliche kann man in seiner Community gerne fragen. Und ich glaube aber hauptsächlich Sascha antwortet dann. Ne, nicht immer. Passt. Siehst du, oh mein Gott, Sascha hier gleich die Fachfragen-Einstellungen. Wie ist deine Bitrate? Was ist deine High-End-Auflösung von Bildschirm 3-4? Anfang ging es gut. Je mehr Leute kamen, desto schlechter wurde es. Und als es anfing, wurde es nach und nach schlimmer. Also vorhin stand da, die Bitrate ist schlecht. Rot, also nicht gut. Bitrate, Bitrate. Ja, die Bitrate. Wenn es da... Sascha lacht. Ich weiß nicht, worauf du lachst. Hm. Ja, die Bitrate, wenn die Bitrate schlecht ist, dann ist das nicht gut. Ja, ihr seht gerade, technische Fragen. Ich versuche mein Bestes, wenn mich jemand fragt, zu helfen. Ich versuche mein Bestes zu helfen, aber es ist halt technisch auch sehr begrenzt bei mir. Das weiß die Steffi schon, aber wie gesagt, wenn ich irgendwie helfen kann, versuche ich es immer. Jetzt weißt du bestimmt Bescheid, ja. Ja, also, dann wirst du wohl zu viel FPS, oder? Und Auflösung steigen wollen. Aber das ist noch ein Punkt, den kann ich sogar noch verstehen. Wenn deine Auflösung vielleicht zu krass ist, versuchst gleich hier mit Full HD Motion Capturing Auflösung da durchzustarten, dann ist das wahrscheinlich zu viel. Erstmal langsam starten. Ein bisschen runterschrauben mit den Auflösungen, vielleicht gar nicht verkehrt. Jetzt weiß ich bestimmt Bescheid. Also, wir reden mal noch mit diesem Roboter. Genau, 500 Ultra K. Hier, den Roboter kaputt gemacht. Ich wollte ihn nur, ich wollte nur mit ihm reden, in Katzensprache. Wollte ihn vielleicht einmal kurz abschlecken, was passiert. Totaler Mist. Ja, bei mir hier ruckelt auch ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Ach, Sascha, wie das? Genau, ihr könnt euch ja auch auf Discord und so zusammentun. Da kannst du ihr bestimmt auch gut helfen. Wenn sie da genau eure Fragen hat, ist es immer schwierig, immer schwierig. Jemanden, der nicht so viel Ahnung hat, dann das zu erklären. Am schlimmsten ist es, wenn zwei keine Ahnung haben und sich versuchen, das gegenseitig zu erklären. Schön, beste Aussichtsposition hier oben. Und hast du lange gestreamt jetzt, Steffi? Oder war es dir dann zu blöd mit dieser Bitrate? Genau, Steffi, yes. Beste Frau, genau. Ist mir sehr sympathisch. Gar nichts weiß. Nee, besser wäre es natürlich, was du wissen würdest. Halbe Stunde. Eine halbe Stunde war dir dann zu blöd, wahrscheinlich, wenn es so geruckelt hat. Ja, deswegen habe ich dich verpasst. Ja, aber ich hätte dir auch nicht helfen können, bestimmt. Ich hätte nur deine Bitrate oder was auch immer dann noch schlimmer gemacht. Ja. Ey, die hasse, wenn die mal davonlaufen, wenn die mich sehen. Aber vielleicht zurecht. Sieh ich hungrig aus? Sieh ich hungrig aus? Sieh ich hungrig aus? Oder sieh ich süß aus? Oh, guck, die Zähne. Die Zähne sagen schon anderes. Die sagen, ich beiß alles kaputt, was in meiner Nähe ist. Blub, 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 blub. Ich mache mal ein paar Soundeffekte noch dazu. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Aha. Okay. Ein bisschen viel gekommen. Genau. Oh. Super. Haltet Left Shift, um zu laufen. Lauf. Lauf. Nein, das wird noch ein Action-Spiel hier. Left Alt. Mein Gott. Ich wusste nicht, dass man hier sterben kann. Wie brutal ist das denn? Ich wollte so ein schönes Spiel spielen. Left Shift. Das hat mich jetzt überfordert. Zwei Tasten gleichzeitig. Das sind echt friedliche Dinger. Ja, echt friedlich. Die waren voll süß und sind abgehauen. Aber in der Gruppe fühlen sie sich stark, Nicky. Das ist schon klar. Also, Shift, um zu laufen. Alles klar. Alter, je, 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 je. Echt alt. Ey, ich habe doch nicht so viele Hände frei. Ja, so viele Finger. Hände habe ich sowieso keine Hand mehr frei. Oh, vielen lieben Dank. Danke, 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 danke. Danke für deine 300 Bits. Schnucki. Die beste Schnucki. Die beste Schnucki. Ich stelle, danke, als kleine, kleinen Trost, dass ich jetzt als süße Katze gestorben bin. Dass das Spiel jetzt für mich eine ganz andere Wendung genommen hat. Tod. Tod und Verzweiflung. Aber wir rennen jetzt schon vorher. Bevor er mir sagt, dass ich überhaupt rennen kann. Ich weiß es doch. Wir weichen einfach aus. Versuchen überhaupt gar nicht, gefangen zu werden. Oh, einen kann ich noch abschütteln. Okay, ich habe die Steuerung drauf, Leute. Kein Problem. Oh, die sind echt wild geworden. Okay, ich kann gar nicht jumpen. Aber vielleicht sollte ich doch ausweichen. Ah, ja, kurz davor. Ah, diese gierigen Bieste. Guck mal, ey. Die fressen mich bei lebendigem Leib. Arme Kätzchen. In mir ist doch eh nichts mehr dran. Wuhu. Da kommt der Popo-Wackler. Alles klar. Nochmal. Zack. Das kriegen wir jetzt hin. Das wird immer besser. Ein bisschen Action finde ich eigentlich cool. Warte mal, wir brauchen den Altkopf sofort. Okay, läuft. Läuft, 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 läuft. Weiß, weiß, weiß. Weiß, 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 weiß. Oh, danke, Nicky, Nicky, Nicky. Für dein Geschenkabo für Sascha. Vielen Dank. Guck mal, läuft. Nicky. Action. Die ganze Stadt ist verseucht von den Händlingen. Na, dass er vorhin in einem Apartment auf die draufgepiekst hat. Die machen wahrscheinlich nicht mal vom Menschenfleisch halt, würde ich mal sagen. Fleisch scheint aber auch sehr schmackhaft zu sein. Gott, wie weit das noch ist. Ich dachte, ich wäre vorhin schon fast durch gewesen. Jump. Mein Herz, Leute. Mein Herz. Vielen Dank. Danke, Nicky. Na klar. Okay, wir müssen jetzt unbedingt miauen anscheinend. Das ist ganz wichtig. Ich sage nur... Miau. Miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Das ist ja verrückt. Das artet ja ein Gruselspiel aus hier. Guck mal, die Puppen da hinten. Also, ich weiß ja nicht. Weiß ja nicht, weiß ja nicht. Wo ist denn das Süße jetzt hin von dem Spiel plötzlich? Hätte ich es mir mal vorher durchgelesen. Ah, so ist immer noch hier vielleicht nur ein kurzer Abschnitt Action, was ich auch gut fand, auf jeden Fall. Und jetzt wieder hier ein bisschen ASMR-rätselmäßig jetzt. Rätselmäßig. Gucken wir mal, wo es dahin geht. Naja, sieht ja super vertrauenswürdig aus, das Brett. Einmal doof, würde ich sagen, und nach unten. Das war's mit uns. Nö, gar nicht. Das ist also leicht gewichtet. So, auf die andere Seite. Auf die andere Seite hüpft. Ich weiß gar nicht, wie man hier auch speichert. Ich hab das Gefühl. Ah. Kontrollpunkte. Letzte Kontrollpunkt neu laden. Und 0 Stunden und 1 Minute seit dem letzten Checkpoint. Ah, okay. Der speichert er automatisch anscheinend. Was passiert? Ich weiß nicht, was Sascha meint. Uh, uh. So schön. Äh. Oh. So eine intelligente Katze. Naja, man hat ja nicht immer den Eindruck, dass Katzen so intelligent sind. Wenn sie nicht das machen, was man tut. Aber das ist wahrscheinlich gerade ihre Intelligenz, das... Nicht das zu machen, was man gerne möchte. Deswegen. Gut gespielt, Katze. Kommst du da hoch? Da kommst du locker hoch, Katzchen. Kenn dich doch. Ja, die Kamera ist wieder aktiv. Auf jeden Fall. Mein Gott. Ich bin mir gerade so mit dem Leben davon gekommen. Also, wir sind schon ein paar Mal gestorben, aber... So schlimm war es nicht. Du musst ja erstmal mit der Steuerung zurechtkommen hier. Viel Action ist man ja gar nicht gewöhnt hier in dem Spiel. So. Dann sind wir wieder weit nach oben gewandert. Und wollen noch weiter nach oben, oder? Das ist ja auch unangenehm hier, diese Stadt. Richtig hohe Häuser. Baugrad hier. Oh, ist das deprimierend. Nee, hier kein Licht scheint. Ein Basketballkorb? Okay. Hier scheint es aber doch nicht weiter zu gehen. Es sah so viel versprechend aus. Schauen wir nochmal nach unten. Da sind wir doch rübergekommen. Da war ich vorhin schon oben. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Also, manchmal ist der Weg doch ein bisschen schwer zu finden. Muss man sagen. Ein bisschen schwer. Nicht so extrem. Wir gehen hier einmal schön lang. Uns kann ja nichts passieren. Wir sind der Katze. Fallzeug nach rechts. Das will aber nichts heißen. Hier ist der Basketball. Ich will immer durch die Türen, aber das muss man sich hier... War ich schon so spät? Schon und ging? Äh, nee. Ich muss etwas später anfangen. Morgen erst um 8 Uhr muss ich anfangen. Das heißt, ich kann wieder etwas länger schlafen. Aber ich mache vielleicht noch so ein halbes Stündchen. Und dann hast du recht. Da muss ich doch ein bisschen auf meinen Schlaf achten. Mein Schönheitsschlaf. Du weißt, wer will schon jemanden, der verschrumpelt ist durch zu wenig Schlaf. Verschrumpelt, unkonzentriert und so weiter und so fort. Oh, wieso jemanden wollen wir nicht haben? Ich meine, Schnuggi, du weißt, wie viele Katzen schlafen. In der Regel. Ich glaube, da unter 12 Stunden geht da nichts. Also da haben wir das Brett ja umgeschmissen. Das heißt, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass es hier nicht weitergeht. Ey, da sind Überwachungsmonitore, oder? Nee. Dachte ich mal. Vielleicht war das Brett auch ohne Falle. Aber ich glaube, hier sind wir eher hergekommen. Ja, sieht schon so aus. Oh mein Gott, es sieht ja wirklich alles gleich aus. Solange es nur Schrumpeln, Schrumpelei ist. Ja, nur Schrumpeln. Ja, Schrumpeln ist auch nicht so schön. Also Falten. Falten und Schrumpelig. Das muss jetzt nicht sein. Naja, schönes Graffiti hier an der Wand. Wunderbar. War wie ein Künstler im Werk. Könnte ich auch machen, ne? Graffiti. Yes. So ein Graffiti auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall dein Bild noch ein bisschen weiter malen. Und hier habe ich mir heute auch gedacht, ob ich dein Bild fertig male und so. Und dann wurde es immer später und so. Und so habe ich gedacht, naja, jetzt ist es ein bisschen spät, die Farben rauszuholen und so. Aber die Tage, denke ich, wollte ich auf jeden Fall noch dein Bild fertig malen, weil viel ist es ja auch nicht mehr. Wir räumen jetzt nur ein bisschen im Kreis rum, habe ich das Gefühl. Also ich gehe nochmal hier rüber. Das mit dem Brett schien mir doch eine gute Lösung zu sein. Von der Katz. Ah, mein Mann. Und da oben, da war ich aber schon. Da ging es, glaube ich, erstmal nicht weiter. Und schau mal nochmal außen. Aber vielleicht geht das jetzt auch vom Weg her nicht weiter, sondern muss... Was war denn das? Warum rollt der Ball hier plötzlich? Ist das ein versteckter Hinweis? Ich glaube nicht. Achso, wegen deinen Bildis. Uh, wegen Bildis. So, oh Gott. Schon Krach gemacht, ey. Tollpatsch. Katzen, tollpatsch. Aber ich bin der Katzen, tollpatsch. Also Katze kann nichts dafür. Ah, da geht es doch weiter. Ah, wie hübsch. Ah, ist das ein schönes Blau. Oh, ist das toll. Oh, ist das Blau schön. Ah ja, trufft es mal wieder von der Decke. Nicht gut, ja. Wasch, Salom. Salom, Salom, Salom. Mhm. Ah, okay. Bestimmt ein Rätsel hier. Das muss ich eben sagen. Warum sagt er mir jetzt, dass ich miauen soll? Hä? Wenn ich miaue, geht das Licht hier an, oder was? Hängt das mit meinem Miau zusammen? Ich drücke mal Miau. Tatsächlich. Also, wenn ich ein Ton von mir gebe, dann leuchtet das hier. Einmal kurz durch. Die Kamera. Die wackelt auch voll. Mhm. Machst du gut. Kann ich da drüber spazieren, oder was? Und wenn ich miau? Keine Ahnung, was das bringen soll, aber es macht schon Spaß. Jetzt hier noch drauf. Und dann schauen wir mal, dass wir zum nächsten Highlight stoppen. Das nächste Highlight ist wahrscheinlich irgendeine Action-Zwischensequenz oder irgendwie ein Treffen mit alten Katzenfreunden. Keine Ahnung. Oder wie diese Kannibalen. Die uns alle, die uns das ganze Fleisch vom Leib fressen wollen. Das ist ja nicht normal. Oh ja, auch sehr gemütlich hier, ne? Einen Schirm braucht man ja hier auch. Komm schon, Gätzchen. Was ist das jetzt groß? Das sieht irgendwie so aus, als wäre das so ausgedehnt. Jetzt verliert man so irgendwie den Sinn fürs Lineare. Okay, Sascha. Vielen Dank, dass du da warst. Schön warst. Und ich hoffe, du kannst später gut schlafen. Ist ja schon spät, ja. Und mach's gut. Ciao, ciao, Sascha. Hm. Hm. Aber ich finde eigentlich so, der Weg ist jetzt nicht so krass schwierig. Manchmal tue ich mir schon ein bisschen schwer, aber es geht noch. So hält sich noch an Grenzen. Dass man nicht zu lange irgendwie da rumrätselt, was den Weg betrifft. Uh. Aber natürlich, gerade habe ich es gesagt. Nach die... Gerade habe ich es gesagt und jetzt finde ich ja natürlich wieder nicht den Weg. Ist ja klar. Gerade sage ich, na, ist nicht so schwierig, hier den Weg zu finden. Und das wird hier nichts. Das sieht halt auch alles in dieser trüben Beleuchtung so gleich aus. Was ist denn das für ein letzter Automat hier? Ein Getränker-Automat. Da war ich doch schon, ne? War ich da schon eigentlich? Komm, mir ist eine unbekannt vor. Ah! Oh Gott. Ich dachte schon, ich stößte schon wieder in den Tod. Alles klar, Steffi. Schön, dass du auch noch da bist. Machst dich auch noch bewirkbar. Oh, guck mal. In Erwartung eines Sprungs. Ja. Den kriegst du, den Sprung. Hier auf der anderen Seite gibt es keinen. Und... Und... Ja. Das zieht sich aber auch hier mit den Spielen. Keine Ahnung. Das geht immer so lang. Und die Zeit geht so schnell rum mit den Spielen. Zack, zack. Ja, gut. Kommt mir hier irgendwie vor, als wäre ich da gerade eben schon mal gewesen. Springst du da rüber? Machst du einen super, super Jump? Super Kätzchen? Ja, oder machst du einen kleinen Jump? Geht auf. Spring ich hier wieder runter? Ey, ey, ey. Ja, diese Balken mag ich hier nicht sehr gern. Ja, was soll man machen? Also diese Jump-Elemente... Ja. Sind jetzt schon ein bisschen... langweilig, finde ich. Aber es geht noch. Die Katze. Es geht noch. Also es hält sich noch im Rahmen, weil die Katze so süß ist. Aber nur, weil die Katze so süß ist. Ja, aber passieren tut ja echt nicht viel. Also so ein bisschen Action könnte man da schon noch einbauen. Oder der... Das Rätsel-Element ist jetzt eigentlich auch nur, dass man den Weg jetzt erstmal findet. Wobei das wahrscheinlich jetzt noch nicht als Rätsel gedacht ist. Aber für mich ist das schon Rätsel genug, den Weg zu finden. Ich muss nur mal ein Beinchen anders strecken. Ach, ja, ja, ja. Hm. Hm. Okay. Noch mal nach unten. Echt? Man hat halt auch überhaupt keine Überlegung, wo man überhaupt hin muss. Ich möchte gerne nach unten. Aber ey, die Katze geht nach oben. Ich möchte nach unten. Nicht zu weit nach unten. Hier sind wir ja rübergekommen. Warte mal. Wenn ich jetzt von hier Space drücke, geht die Katze nach unten. Okay, sie läuft darüber. Alles klar. Okay, warte. Warte, warte, warte. Da war doch was. Nein. Nein. Da hilft sie wieder nach oben. Oh. Und hier kommt man ja nirgendswohin. Naja. Noch mal hier rüber, würde ich sagen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gar nicht mitbekommen. Wir sind jetzt eh wieder zurück. Ja, wir waren auch wieder. Da sind wir eigentlich hergekommen. Sagt ja wieder keiner was. Ist klar. Ist klar. Verwirrung ist groß. Ja, ich sollte vielleicht sagen, dass so Orientierungssinn nicht so meins ist. Auch wenn ich zum Beispiel mal mein Auto irgendwo parke, ganz schwierige Situation, das Auto wiederzufinden. Ich habe zum Glück, zum großen Glück meinerseits, habe ich jetzt kein schwarzes oder graues Auto. Schwarz ist ja die Hölle. Das findet man ja noch schwieriger. Aber blau, ich habe ein schönes blaues Auto. Das findet man wenigstens relativ gut wieder, auch von Weitem. Blaue Autos sind jetzt nicht so in der Überzahl, sagen wir mal so. Ich finde es gut. Oh, Niki, ich finde es glücklich. Schau. Jetzt hier aber geht es weiter. Schau, ich habe schon was gefunden, Niki. Ey, muss ich nicht die ganze Nacht so hier einfach nur rumhüfen. Und zack. Oh, das ist süß. Da weiß man immer, da war man noch nicht. Weil sowas macht sie nicht. Oder sowas macht sie nur einmal, die Katze. Okay, links, rechts, links, rechts, rechts. Ja, gehen wir rechts. Ja, hat aber so ein bisschen ASMR-Atmosphäre eigentlich auch, ne? Okay, finde ich schon. Die Musik ist entspannt, wenn man sie hört. Ich rede mit sanfter Stimme hier. Ich habe zwar jetzt Gaming eingestellt, hätte ja auch ASMR einstellen können. Und du hast halt hier was Visuelles, eine springende Katze die ganze Zeit. Und noch ist schön entspannt. Oh, Katze wird... Hier, das Katzen-Symbol unten links, das wurde gespeichert. Das könnten wir eigentlich... Eigentlich den Stream schon beenden, würde ich sagen. Weil... Was soll jetzt noch groß kommen? Highlights waren jetzt schon alle da. Naja, es kommt bestimmt noch einiges. Wir müssen noch aus der Stadt flüchten. Warte, ich gucke mal hier noch um die Ecke, was hier noch... Äh, ist auch schwierig aufzuhören manchmal. Immer schon. Der Stimme ist sehr ruhig. Schön. Dann könnte ich nichts... Kann die Katze auch da entlang laufen? Kätzchen, komm schon. Trapez. Sagt man da Trapez? Ja. Naja. Warte, ich miau mal, ein bisschen Licht zu machen. Was, das ist eigentlich süß. Was geht bis hoch? Ach, das geht bis nach oben. Zack. Nicht zurück. Kätzchen, nein. Ich hab die falsche Katze gerückt. Einmal geht's da noch vor? Und vor, und vor, und vor. Oh, da geht's auch noch vor. Äh, hängt das hier irgendwie alles in diesem Brettchen dran, oder wie? Hm. Oh, super durchgesprungen. Ah, ich will keine Ahnung. So. Jetzt aber hier. Läuft. Ich kann auf die Blube drauf springen. Wir haben's bequem. Auf jeden Fall besser, Nicky, nah als so ein komisches Bluebrick-Set von Star Trek oder so was. Ah, jetzt wieder ein bisschen heller. Ach, die gute Natur, die gute Natursonne, wollte ich sagen hier. Das gute Licht. Endlich. Ist schon ein bisschen finster, aber so am Abend passt das eigentlich ganz gut. Und nach oben. Und nach oben. Und noch weiter nach oben. Die Katze springt den ganzen Tag. Und noch weiter und so fort. Oh, Leiter. Ich bin ja eigentlich froh, dass das Spiel nichts nicht so krass ruckelt, wie beim letzten Mal dieses komische Cooking-Spiel, das ich gespielt habe. Das war ja die Hölle. Ah, warte mal. Kann ich da nach links springen? Nö. Okay, ich muss reinspringen. Ja. Aber was das Gute ist an dem Spiel, man verliert auf jeden Fall. Besser wäre es aber mit Gitarrenmusik. Ja, wäre auf jeden Fall besser, Nicky. Ja, wäre besser. Nein, jetzt kann ich da keine Gitarrenmusik machen, Nicky. Aber nächstes Mal vielleicht wieder. Ist schon zu spät. Oh, doch. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Okay, warte mal. Wir beenden das Ganze. Hier. Ist eine super tolle Stille. Oh, Steffi, vielen Dank für deinen Sub. Bist du lieb. Ich sub noch zurück, auf jeden Fall. Ich habe dich heute nur nicht erwischt, liebe. Vier Monate. Und jetzt hast du selbstständig mal gesuppt. Die anderen waren alle Geschenksupps, ne? Mir. Aber das ist super geil, dass du schon vier Monate und noch viel länger dabei bist. Sehr lieb von dir. Danke, Steffi. Für die Sub. Und für deine vier Monate. Vier Monate Treue. Steffi weiß eh schon alles, was ich gestreamt habe. Die bekommt echt alles mit. Ich war doch letztendlich. Oh, da kann man durch. Ey, ich suche hier, wo kann ich das Nächstes draufhüpfen oder sowas. Und dann sowas. Musst du erst mal ermitteln, wie das geht. Ja, stimmt. Muss man alles herausfinden. Das ist das. Das ist einfach so. Und hier suche ich, wo kann ich hoch rüber springen und dann einfach durch die Gitter hier durch. Ah, das ist ein süßes Bild. So können wir beenden, oder? Erstmal. Ich geb dir Feinstaub in den Mund, Baby. Riech den Auspuff, riech den Auspuff, wenn ich reinhau. Dicke Luft und viel zu laut und viel zu laut. Aber ich scheiß drauf. Gebe Gas, es quietscht und raucht. Das Spiel ist aus, das ist ein Kreislauf. Ich scheiß drauf. Ich geb dir Feinstaub in den Mund, Baby. Riech den Auspuff, riech den Auspuff, wenn ich reinhau. Dicke Luft und viel zu laut und viel zu laut. Aber ich scheiß drauf.